Wunderschönen guten Tag zu dieser neuen Nintendo News und die wird euch präsentiert von unserem Podcast Gespräche vor der Nerdwand. Und da gibt es ab morgen wieder die erste frei verfügbare Folge. Wenn ihr allerdings den Podcast etwas vermisst habt jetzt über die Sommertage, dann schaut doch mal in unserem Premium-Feed vorbei bei Steady und Patreon. Ab 3 Euro könnt ihr dann nämlich die letzten Wochen noch drei Folgen exklusiv für diesen Feed nachholen. Und ansonsten könnt ihr uns auch einfach nur unterstützen, um unabhängiger von der Werbung hier auf dem Kanal zu werben. Den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Beschreibung und auch zu Instant Gaming, meinem Dauerpartner. Aber jetzt legen wir los mit der News. Exklusive Pokémon, das verspricht GameStop an vielen anderen Ländern, aber auch ihr könnt jetzt zuschlagen, denn GameStop weitet das Ganze auch auf Deutschland aus. Ihr findet einen neuen Diner Crystal und ihr könnt damit dann ein Pokémon transformieren in die Giga-Dynamax-Form. Und zwar ein Giga-Dura-Ludon. In der Naturzone könnt ihr das jetzt ab sofort finden. Ihr müsst aber dafür unten auf den Link klicken, den habe ich euch natürlich verlinkt. Ist gar nicht mehr so lang und das neue Metroid kommt auf den Nintendo Switch raus und ihr dürft euch auf einiges an neuem Material freuen. Nintendo bringt nämlich eine regelmäßige Serie, die so ein bisschen hinter die Entwicklung von Metroid Dread blicken lässt. Und es gibt auch einen neuen Trader, der die bisher größte Bedrohung für Samus zeigt. Und ja, das Ding sieht aus wie ein mutierter, naja, Samus-Klon, der ebenfalls mit einer an der Hand befindlichen Waffe rumhantiert. Also schaut auf jeden Fall mal, was ihr da erreichen könnt. Außerdem gibt es einen neuen Trailer, der eine ganze Menge neue Eindrücke zeigt und schon viel klassisches Metroid-Gameplay auf sich warten lässt. Während allerdings Metroid Dread sehnsüchtig erwartet wird, gibt es noch andere Games, die von Fans erstellt werden und die vor allem an Metroid Prime anknüpfen sollen. Der ursprüngliche 2D-Ableger wurde jetzt von Nintendo mal wieder runtergenommen. Ja, richtig gehört. Das Spiel hat zwar so ziemlich viel eigenkreative Leistung, aber Nintendo sagt, nee, nee, meine Freunde der Sonne, ihr sollt mal das schön hier runternehmen, auch wenn das nicht kommerziell ist. Der Entwickler hat sich jetzt entschuldigt, hat das Projekt komplett gecancelt und ja, man kennt es halt von Nintendo nicht mehr anders und ich finde es immer noch schade. Und ganz ehrlich, ich hoffe einfach mal, dass Nintendo demnächst auch mal wieder so einen kleinen Dämpfer bekommt, um dann wieder besser auf die Leute zuzugehen. Und dazu kommen wir jetzt zu diesem Thema. Wir haben erst in der letzten Nerd-News darüber berichtet und jetzt gibt es wieder die ersten Unkenrufe. Und dass es Nintendo momentan nicht so glücklich trifft mit der Nintendo Switch. Nach jahrelanger Dominanz auf dem Markt macht einem vor allem die Playstation 5 und die Xbox Series X gerade ein bisschen zu schaffen. Soweit zu schaffen, dass die ersten Analysten sagen, Leute und liebe Aktionäre, verkauft mal lieber eure Aktien. Und das jetzt möglichst bald, denn die sehen alle den Sinkflug von Nintendo jetzt kommen. Auch in Hinsicht darauf, dass die Nintendo Switch OLED sich zwar gut in den Vorverkäufen verkauft, aber es ist halt nun mal so, dass die nicht mehr Leistung hat. Und dadurch wird in Zukunft das Interesse auch weiterhin sinken, auch wenn man nochmal einen kleinen Bergauftrend sehen wird. Hirotoshi Morakami, der unter anderem zum Beispiel auch Bloomberg berät, hat dazu geraten. Und das ist kein Unbekannter, das ist ein Analyst aus Japan. Und wir dürfen mal gespannt bleiben, ob er recht behalten wird. Analysten sind ja vor allem dafür da, das Ganze so ein bisschen einzuschätzen, Tipps und Tricks zu geben. Aber viele hören halt auch auf die und wenn die jetzt sagen, verkauft mal lieber Nintendo Aktien, dann könnte es demnächst einen Abwärtstrend geben. Nintendo verliert ein neues Exclusive, beziehungsweise es war wahrscheinlich sowieso nur zeitexklusiv angemeldet. Aber Bravely Default 2 könnt ihr ab sofort auch in einer Steam-Version runterladen. Und das Schönste ist, mir hat die Demo damals sehr gut gefallen, da Bravely Default 2 ein sehr klassisches Kampfsystem hat. Schönrunden basiert mit vielen Zusatzsachen, die ihr in der Welt finden könnt. Aber macht euch darauf gefasst, das Spiel ist nicht gerade einfach und auch nicht gerade kurz. Aber ihr könnt ja mal bei Steam jetzt auch vorbeigucken, falls ihr es für den Nintendo Switch noch nicht geholt habt. Good Boy Galaxy ist ein Spiel für PC, Nintendo Switch und den Game Boy Advance. Ja, richtig gehört. Dieses Spiel wurde von Kickstarter finanziert und kommt jetzt auch in einer offiziellen Game Boy Advance Cartridge-Version. Für knapp 44 Dollar könnt ihr es also auch auf euren uralten Handheld spielen. Und das Spiel läuft wirklich gut, wenn man den Eindrücken des Entwicklers glauben darf und sieht auch richtig vernünftig aus. Wenn ihr jetzt sagt, okay, Nintendo Switch, ja, PC, nee, nicht so. Aber auf dem Game Boy könnte ich mal wieder was spielen, dann könnt ihr euch das Spiel jetzt bestellen. Wie gesagt, für 44 Dollar. Immer mal wieder kommt kreative Ideen, die Nintendo allerdings auch nicht sperren kann. So gibt es jetzt endlich mal einen richtig kreativen Headphone Jack, den ihr mit eurem eigenen 3D-Drucker nachbauen könnt. Denn dieses Ding, sage ich mal, bildet eine kleine Game Boy Cartridge nach und ihr könnt ihn in eures Switch stecken. Oder in jeden anderen Kopfhörer-Port. Natürlich, aber bei der Nintendo Switch macht es umso mehr Sinn. Ich finde das ein richtig cooles kleines Gimmick. Wenn ihr also jemanden kennt, der einen 3D-Drucker hat, dann könnt ihr euch das ausdrucken lassen. Bevor wir zu der neuesten Software der Nintendo Switch kommen, kommen wir erst mal zu einer kostenlosen Software. Denn ihr dürft demnächst, nein, nicht Netflix, nein, nicht Amazon Prime, aber Pokémon TV gucken. Ja, richtig gehört. Ihr könnt nämlich jetzt ganz offiziell auf eurer Nintendo Switch alte Anime-Folgen von Pokémon schauen. Und diese Software könnt ihr ab sofort im Nintendo eShop runterladen. Naja, immerhin ein kleines Video-on-Demand-Angebot. Kommen wir doch mal zu den Neuerscheinungen seitens Nintendo auf der Nintendo Switch. Beziehungsweise seitens anderen Herstellern auf der Nintendo Switch. Denn Metroid Dread lässt ja, wie gesagt, noch ein paar Wochen auf sich warten. Genauso wie WarioWare. Aber ihr könnt ab sofort No More Heroes 3 auf der Nintendo Switch spielen. Und zwar exklusiv für 59,99 Euro. Ist also ein AAA-Full-Size-Titel. Ihr könnt ja mal vorbeischauen. Entweder Retail oder im Nintendo eShop. Als kleines Indie-Neuheiten-Ding ist allerdings auch Road 96 erschienen. Und das wurde ja auf einer Indie-World-Presentation vorgestellt und sah richtig, richtig cool aus. Allerdings auch ein bisschen düster. Und da scheint es offensichtlich eine ganze Menge Wendungen zu geben für 19,96 Euro. Wir wollen es allerdings auch noch ein bisschen billiger und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Umfang haben. Denn schauen wir heute mal wieder in die Budgetabteilung und fangen mit dem teuersten Titel an. Und zwar Rollercoaster Tycoon 3 Complete Edition. Mit allen DLCs, allem was da drum gehört, komplett portiert auf den Nintendo Switch. Kostet das Ganze 14,99 Euro, gerade im Nintendo eShop. Und seien wir mal ehrlich, Aufbausimulationen gehen eigentlich immer. Wer jetzt allerdings sagt, das ist mir zu strategisch und das ist mir zu viel Warterei, der kann sich gerne mal ein Devil May Cry 3 Complete Edition probieren. Das Ganze kostet 11,99 Euro und ist ein Hack'n'Slay der alten Machart. Wurde remastered von Capcom in einer neuen Auflösung und ein bisschen mehr Bildrate. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Wer es düsterer mag oder noch düsterer als Devil May Cry 3, der kann sich auch mal Blasphemous angucken. Das hatten wir schon ein paar Mal hier. Und das ist schon ein Souls-like, der 2D-Variante. Sehr düster, sehr blutig und auch erst ab 18 freigegeben. Aber 9,99 Euro sollten euch davon nicht abhalten. Mit Schwer können wir auch im nächsten Spiel dienen, allerdings auf Jump'n'Run Art. Denn Yooka-Lady and the Impossible Lair ist für 7,49 Euro verfügbar und orientiert sich ganz schön krass an den Donkey Kong-Teilen. Ist allerdings auch der bessere von beiden Teilen. Zu guter Letzt ebenfalls für 7,49 Euro gibt es noch Worms WMD. Und das ist meines Erachtens nach der beste 2D-Teile der Worms-Teile. Und ja, das sollte man sich auf jeden Fall gönnen. Macht eine Menge Spaß. Ihr könnt es an einer Konsole mit einem Controller spielen oder mit mehreren Controllern oder auch eine Runde online. Und Worms geht immer. So, das war es dann allerdings mit dieser Nerd News. Wie gesagt, deckt nochmal unten an das Instant Gaming Gewinnspiel. Da könnt ihr nochmal vielleicht auch Worms WMD gewinnen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.